Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy und wir sind auf dem Weg zu Sebastian, denn wir machen die Mission im Schatten des Anwesens. Und was uns dabei erwartet, das werden wir jetzt heute in dieser Folge erfahren. Mal gucken, wo ist er denn? Ich sehe ihn noch gar nicht. Ach, wir müssen auf ihn warten. Natürlich müssen wir warten. Esa, du bist hier. Ich bin schon länger. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Na dann, mal los. Hier lang. Ja, wo lang? Hier lang. Ja. Lauf doch vor. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Ja, willst du nicht vorgehen? Gut, dann nicht. Sebastian, wo bist du? Ist das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Schumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein! Ich akzeptiere das nicht! Schau, was du gemacht hast. Anne! Tut mir leid. Geh! Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauch einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Ja, das kann man wohl so sagen. Der Junge haupt mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen, aber man kann nichts für sie tun. Wie ich hörte, konnte weder Schwester Blaney noch das Sankt-Mungo-Hospital helfen. Richtig. Mein Neffe glaubt, er weiß es besser als die Heiler. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen, ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Ich verstehe, was Sie meinen, Sir. Gut, ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder. Besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte. Nicht, was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ja, ich spreche mal mit Anne. Ich glaube, die können... Ich bin mir leid wegen vorhin. Ein bisschen Gespräch gebrauchen. Die Schmerzen sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens, schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünfklässer sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmitte ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Ja, dem geht es bestimmt auch nicht ganz so gut jetzt. Nach dieser ganz so schönen familiären Begegnung. Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Anne's Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Man sollte nie jemanden unterschätzen. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben noch etwas gegraben. Ich habe zwar keinen Schutt gesehen, aber... Da oben, auf dem Plateau. Können wir wahrscheinlich gleich sehen. Ich bin verflucht. Hier entlang. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Achio! Ten Name! Incentives! Regniose! Du bist aber nicht! Entbring so! Regniose! Entferde dich! Achio! Ich werde deinen Tod kreffen! Bingo! 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 Oh, das ist freundlich, was? Bingo! Das war dein letzter Fehler! Ja, sollen wir jetzt gegen ihn kämpfen? Ja, wahrscheinlich so. Ach, hier! Expelliarm! Incendio! Libioso! Ich werde nicht ruhen! Con Bingo! 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 Expelliarm! Incendio! Libioso! Nein! Ein lästiger Mensch! Con Bingo! Ich werde nicht ruhen! Mit dem nebenbei fährt ich schon noch. Can Bingo! Musst du noch einer? So, jetzt haben wir so, oder? Ja, ja, du wolltest mich warnen. Habe ich aber kein Wort von gehört. So. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder, sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und? In Schloss Rockwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Sich umzusehen ist doch ausschall. Nicht verkehrt. Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhundert. Mehr habe ich nie gehört. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolder auftauchen. Hm. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Ranrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Äh, ja, ich bin ja schon dabei, Sebastian. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Reveilio. Sebastian. Das habe ich schon mal gesehen. Das Haus. Den Brunnen. Den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Mal gucken, was wir hier noch finden. Reveilio. Oh, ein Bild. Sebastian. Hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Komisch. Das Bild sieht noch sehr heil aus im Vergleich zum Haus. Gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen. Und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein. Keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Renrock und Rookroot sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Renrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Und das, was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. So. Ah, eine Treppe. Warum? Eine Treppe blockieren. Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Ja, lass uns mal runtergehen. Alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Verdammt, mir ist hier, aber es ist der Bestand, der ist schon vorgegangen. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Oh. Reveilion. Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Erlehn im Spiegel. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Omenes wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Omenes. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Na dann... Betreten wir mal die Krypta, wa? Dann ist doch der Spiegel quasi ein Port-Schlüssel, oder? Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz. Schauen wir mal. Der Spiegel, der da im anderen Haus war, würde ja fast reinpassen, oder? Bild? Aus dem Schlüssel werde ich jetzt auf jeden Fall nicht schlafen. Was hilfreich ist in der Nachricht? Ein Runen-Symbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber... Ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Hm. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Skriptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Ja. Okay. Also Familienbesuch, ein bisschen was rausgefunden. Und weiter in die... Ja, weiter ins Vertrauen zu Sebastian eingedrungen. Ich bin nicht bei den Ruinen von Schloss Palbart. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Ja, mal gucken, wann wir das machen. Aber, wenn ihr wissen wollt, was wir in der nächsten Folge machen, dann schaltet wieder ein. Damit ihr das nicht verpasst, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Und damit sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. ordentiere k